Ein Elektriker ist verantwortlich für die Installation, den Umbau und die Wartung von Elektroinstallationen, die für eine sichere Stromversorgung erforderlich sind. Ein Elektriker sorgt also dafür, dass Nutzer sicher mit Strom umgehen können. Der Beruf des Elektrikers kann als vielseitiger Beruf bezeichnet werden, denn als Elektriker muss man sich nicht nur mit Neuinstallationen auseinandersetzen, sondern auch mit Anpassungen und Wartungen von Elektroinstallationen. Zudem arbeitet man als Elektriker meist nicht nur im Nichtwohnbau, denn ein Elektriker kann auch auf andere Weise arbeiten. Denken Sie zum Beispiel an den Anschluss von schweren Maschinen innerhalb der Industrie, die mit Strom betrieben werden, oder an die Installation von Schalttafeln. Die Arbeit als Elektriker ist nur den richtigen Fachleuten vorbehalten, die über das nötige Wissen und die Erfahrung verfügen, denn Elektroinstallationen können schnell komplex werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass ein Elektriker Anlagen nach den richtigen Vorschriften und mit den richtigen Materialien installiert, damit keine Kurzschlüsse oder andere Fehlfunktionen auftreten können. Als Elektriker sind Sie somit ein Allround-Profi im Bereich der Elektroinstallation. Das bedeutet, dass ein Elektriker in der Lage sein muss, alle gängigen Elektroinstallationen selbstständig zu installieren, anzupassen und zu warten. Denken Sie zum Beispiel an Zählerschränke, Gegensprechanlagen, Videoinstallationen und den Anschluss von Maschinen. Darüber hinaus muss ein Elektriker in der Lage sein, alle vorbereitenden Arbeiten, wie ZB das Verlegen von Rohren und Kabeln, selbstständig durchzuführen. Auch die Montage und Prüfung von Elektroinstallationen gehört speziell zur Arbeit eines Elektrikers. Der Beruf des Elektrikers muss auch als ziemlich allgemein angesehen werden, da ein Elektriker auch auf verschiedene Bereiche spezialisiert sein kann. Zum Beispiel kann ein Elektriker nur innerhalb der Branche arbeiten. Zum Beispiel kann ein Elektriker auskennen werden, bis zum Beispiel mit einem Seinblatt auskennen und in der Regel von Menschenreignisse Administration sehen können, wie ZB das Vergane passt in einen Alkohолn. Das ist dann auch nicht zufrieden, wie ZB die Welt ausgestattung. Das ist dann auch nicht zufrieden, wie ZB die Welt